Digger, was ist das denn? Digger, das machen die doch nicht ernst, oder? Schau dir das an, bitte! Ich hab's doch gesehen! Ich hab's doch gesehen! Ich hab's gewonnen lassen! Junge, das ist wirklich... Das ist wirklich kottlos, schau! Warte! Seh'n du das? Ich hab's doch gesagt, ich hab's doch gesagt, ich hab's doch gesagt, ich hab's doch gesagt! Lass mich jetzt einfach mal rec-raiden, ich hab's doch noch... Hallo, so so, how are you doing? How are you doing? Are you fine? Lass mich mal rec-raiden! Lass mich nicht was ich geschrieben habe, Philipp! Alright, 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 man, alright! Your face is such a joke! Come on! You're just f***ing spamming the server for controlling! What are you controlling with this sh**? Come on! Like... Controlling server? Yes, controlling server! Yeah! Controlling, we're f***ing stone 2x2! Controlling, ey! Junge, die haben noch nicht mal external TC! Die haben nix über die hinterher! Also doch, ja, aber... Ja, aber die haben keine Dings... Wie heißt ich... Doch, die haben kein Turel dastehen! You can't be serious! We have a rec-raid, I'm lost from team! Comrade, Comrade, Comrade! Die wollen... Die schreiben das halt nur wegen Online-Rades! So, die wollen ge-onlined werden! Obviamente... Ja, lass die doch raiden! Die werden dann easy hops gewinnen wollen! Nee, 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 können uns... Philipp, hast du gehört? Die waren gerade bei unserer Base, haben unsere Base begutachtet! Ne? Haben einfach nur dumm geguckt! Die stand die zweite auf dem Hill mit ner f***er Junge! Ich steh da oben! Die gucken so die Baster, die gucken sie gegenseitig an und ich schieße weg! Oh, Philipp ist tot! Kombination! Wie heißt und keine Nicht-len Sie gar朝�?! Bauch wird. акtes ist... Und du yellange!